willkommen zurück zu einem weiteren video hier auf diesem kanal und heute gibt es eine weitere folge hertha news und es gibt einiges rund um hertha bsc zu besprechen zum einen möchte ich heute über rune jahrstein sprechen denn im fall rune jahrstein steht wohl eine spektakuläre wendung im raum das ganze möchte ich mir heute mit euch zusammen anschauen und danach möchte ich noch über martin dale sprechen denn es gab einen bundesligisten der im vergangenen transfersommer konkretes interesse an martin dale gezeigt hat das ganze schauen wir uns heute an und ich würde sagen vernehmens für zeit kommen wir erst mal zuerst thematik und sprechen ein bisschen über rune jahrstein denn es kommt wieder bewegung in die juristische auseinandersetzung zwischen dem torwart und hertha bsc schauen wir das ganze aber erst mal von anfang an mittlerweile ist rune jahrstein 38 jahre alt und der vertrag ist jetzt hier im jahr 2023 ende juni ausgelaufen ehrlicherweise muss man sagen dass er in der vergangenen saison keine rolle mehr gespielt hat und das hatte auch einen bestimmten grund im laufe der vergangenen saison hat man sich von rune jahrstein getrennt und man hat ihm folgendes vorgeworfen hertha bsc hat rune jahrstein vorgeworfen sich bei einem disput mit tortränen an die menger massiv im ton vergriffen zu haben weshalb rune jahrstein daraufhin suspendiert worden war man hat eine vertragsauflösung angestrebt und nun steht man eben vor dem arbeitsgericht rune jahrstein hatte im laufe des vergangenen jahres natürlich auch gegen die kündigung seines arbeitsvertrag des geklagt denn er selber hat die ganze situation etwas anders gesehen er selber gab an dass er nur sachliche kritik an an die menger geäußert hat das ganze schauen wir gleich noch etwas genauer an denn die bild hatte noch zusätzliche informationen jetzt auch im laufe dieser woche ist der prozess vor dem arbeitsgericht berlin gestartet es wird jetzt noch kein urteil gefällt aber die beiden parteien bekommen viel mehr raum um sich möglicherweise auf einen vergleich zu einigen es sollte auch so sein dass das arbeitsgericht den beiden parteien am heutigen donnerstag einen vorschlag gemacht hat das hertha bsc 350.000 euro zahlen soll was aber noch von der forderung von rune jahrstein rund 150.000 euro abweicht man muss sich das ganze mal anschauen rune jahrstein wurde suspendiert der vertrag wurde aufgekündigt und die ganze situation war ja schon damals für mich nicht ganz verständlich und dabei spielt vor allen dingen auch an die menge eine hauptrolle die bild hat so ein bisschen die situation wiedergeben um welches sich handeln soll und zwar soll rune jahrstein im training gegen an die menge geschossen haben soll und zwar hieß es zuerst dass rune jahrstein zu an die menge gesagt haben soll du bist ein lügner er hat darauf erwidert dass also an die menge hat darauf erwidert dass du stellst mich als lügner da als wäre ich ein arschloch zitat ende und daraufhin hat rune jahrstein gesagt du bist ja auch ein arschloch ein lügner ein nix kölner du musst weg zitat ende und das war wohl die äußerung weshalb rune jahrstein geflogen ist und was soll ich erstmal dazu sagen ihr kennt mich und ich denke auch einige von euch kennen auch meine videos genau aus ihrer situation heraus und ich finde immer noch dass an die menge kein guter tor trainer ist und das sagen vor allen dingen auch die fans anderer vereine er war jetzt schon mehrfach in der bundesliga aktiv für andere vereine unter anderem für stuttgart und für köln und die bestätigen das was wir hier bei uns erleben ich finde an die menge verbessert keinen torhüter nachhaltig andererseits muss man eben auch sehen an die menge hat das talent einiger teuter gar nicht erkannt zum beispiel marcel lottger blieb bei ihm vollkommen unter dem radar und das trotz guter leistungen zum beispiel hier bei den spielen für uns und man schaut sich die torhüter situation an er hat kein torhüter nachhaltig verbessert tiag ernst das ist vielleicht der erste kandidat den man dort aufzählen kann der vielleicht sich etwas verbessert hat aber ansonsten oliver christensen er hat über die vergangenen sond hinweg also jetzt wirklich über die komplette vergangenen sond muss eben das fazit finden dass oliver christensen nicht besser geworden ist ich meine damit vor allen dingen dass zum beispiel oliver christensen nach einer kompletten saison immer noch erhebliche defizite beim abschlag gezeigt hat so das kann man doch eigentlich trainieren das kann man doch wirklich gut trainieren den abschlag aber er war wirklich jedes mal katastrophal für mich ist an die menge kein guter torwart trainer ich kann das nicht unglaublich beurteilen aber wenn man sich bei die teuter die leistungen der teuter in der vergangenen sond anschaut und das mit denen von vor ein paar jahren vergleicht da muss ich jetzt sagen dass das torhüter niveau hier per hertha massiv gesunken ist das ist meine meinung und ich bin nicht der einzige diese meinung hat und ich glaube eben auch dass der torwart trainer ein grund dafür ist warum es nicht nach oben geht was ich dazu auch noch sagen muss roni herstellen ist ein erfahrener torwart er hat sehr sehr viel torwart training mitgemacht und wenn mir dieser torhüter sagt dass ein torwart trainer scheinbar nicht ganz fähig ist für seinen job und sagt du musst weg ey dann würde ich vielleicht auf diesen torwart hören denn er hat doch was die erfahrung angeht wirklich am meisten mitgemacht in norwegen bei der nationalelf in norwegen an sich bei hertha bei verschiedenen torwart trainern da muss man doch vielleicht auf diesen heute hören und deswegen bin ich nicht überzeugt von an die menge aber jetzt kommt ja noch das kranke denn es steht eine möglicherweise eine wendung im raum wie die bild zeitung berichtet hat die führung von hertha bsc in personen von kai bernstein und thomas herrich in den vergangenen tagen immer wieder versucht kontakt mit roni arstein und seinem berater aufzunehmen und möglicherweise hat er auch schon ein angebot hinterlegt dass roni arstein noch mal für hertha bsc auflaufen könnte und das finde ich wirklich sehr interessant und ich finde die idee dahinter auch wirklich nicht schlecht ich finde roni arstein ist ein teuter der natürlich jetzt als 38 jähriger spieler jetzt nicht die nummer eins übernehmen sollte aber als hintermann führt jag ernst als erfahrung vor allen dingen finde ich die idee wirklich nicht schlecht du findest jetzt momentan keine duten teuter du findest timo horn der sich aber selber für höhere aufgaben rufen wird und der sicherlich auch noch sehr sehr viel gehalt nehmen wird und ich finde roni arstein wäre für diese lücke die wir da auf der teuter huizeln haben mal mindestens noch mal für eine saison eine gute option eine vertrauenswürdige option aber wir müssen halt eben doch einiges dazu sagen ja stein hat ja schon lange kein pflichtspiel mehr für uns gemacht das war eben auch die geschichte jahrstein ja war ja schwer erkrankt das war glaube ich dann ende 2020 anfang 2021 so dass er schwer erkrankt war lange pausieren musste und dass er dann sein debüt gegen babelsberg gegeben hatte sich dann aber hinter oliver christian angestellt hat und dann eben diese kündigung kam also sein letztes flichtspiel für uns liegt schon recht lange zurück das heißt er ist ein teuter ohne richtige spielpraxis denn er hat ja eben auch noch keinen neuen verein gefunden trotzdem glaube ich würde ich das als eine gute lösung finden denn ich finde jag ernst braucht eine erfahrene nummer zwei hinter sich und die könnte roni arstein abgeben und ganz ehrlich ich bin wenigstens froh darüber dass man an roni arstein denkt ich fand es ja schon krass dass man einige spieler nicht ordentlich verabschiedet einige spieler wie roni arstein die seit 2014 unter tor hüten und die uns quasi nach europa getragen haben ich finde roni arstein war wirklich massiv an diesem kurzzeitigen erfolg von uns beteiligt er hat für uns 164 bundesliga spiele gemacht 48 davon mal ohne gegentor und ich finde es krass wie sehr man ihn einfach abgeschossen hat für mich auch definitiv eine legende was das angeht und auch spieler wie plattenhard müssen angemessen verabschiedet werden auch wenn das noch mal etwas anderes ist von daher bin ich wenigstens froh dass man an ihn denkt wie gesagt für mich definitiv keine option für die nummer eins aber als erfahrenen mann hinter jag ernst für eine saison finde ich diese idee nicht schlecht aber es ist halt ärgerlich dass gersbeck sich eben dachte dass er sich im trainingslager prügeln müsste gersbeck war eben der mann der genau für diese rolle angedacht war aber gersbeck hat sich halt eben geprügelt und ist damit jetzt erstmal außen vor nun ja was aus roni arstein wird müssen wir ohnehin abwarten erstmal müssen sich die fronten im gericht aufweichen dann werden wahrscheinlich gespräche geführt es wird sich lange hinaus zögern falls man falls es überhaupt so ein abschluss kommt also es sind jetzt erstmal nur gerüchte die sich herumtreiben die anwälte beider seiten bestätigen natürlich den kontakt aber richtig konkretes dazu gibt es bisher wohl nicht naja ich bin sehr gespannt wie gesagt für mich eine ordentliche und kreative idee noch mal vielleicht roni arstein zu reaktivieren aber wie gesagt jag ernst ist für mich ohnehin unangefochten die nummer eins kommen wir mal zur nächsten news des heutigen tages und zwar geht es um martin dadell martin dadell soll wohl im transfer sommer das interesse einiger vereine auf sich gezwungen und unter anderem war er auch in gesprächen und das mit dem vfl buch die gespräche waren schon ziemlich fortgeschritten und dadell hat sich das ganze angebot eben auch angehört also wir sprechen übrigens nicht von pal dadell oder palco dadell oder benze dadell sondern wir sprechen von martin dadell unserem in verteidiger ja martin dadell sei wohl in gesprächen gewesen mit dem vfl bochum aber er hat sich gegen den vfl bochum geschrieben und für die zweite liga und für hertha bsc erst mal finde ich das super dass sich ein potenziell sehr starker spieler ein spieler der wie gesagt sehr oft bei uns das potenzial gezeigt hat ein u21 nationalspieler sich für den gang in liga 2 das freut mich wie gesagt sehr und ich finde auch das macht und dadell in der zweiten liga durchaus sehr wichtig werden könnte er hat sich gegen den vfl bochum entschieden da er wohl nicht ganz wusste ob er sich der destruktiven spielweise der bochumer anpassen kann beziehungsweise ob die spielweise zu ihm passt das finde ich natürlich etwas komisch denn wir spielen jetzt nicht gerade so viel offensiver als der vfl bochum aber nun gut trotzdem freut es mich dass martin dadell hier geblieben ist bei der hertha in der zweiten liga und das ist für mich wirklich der charakter stärker und stärkt sich irgendwie wegzustreiken macht er es so und möchte den karren aus dem dreck ziehen und deswegen finde ich das toll und ich auch noch mal eine sache dazu einige sagen martin dadell spielt nur wegen seinem vater weil der vater trainer ist aber wenn man mal ganz ehrlich ist wenn selbst wieder verschiedene erstligisten interesse an ihm zeigen dann muss doch wohl was an seinen leistungen dran sein und ich muss sagen martin dadell ist ein spieler er kann funktionieren aber er muss auf der richtigen rolle eingesetzt sein und ich finde wie gesagt nicht dass das die sechser position ist ich finde martin am besten war der wenn er in einer dreierkette als linker in verteidiger später und dann kann er eine richtige waffe sein ansonsten braucht martin der spieler um sich herum die ihn quasi den rücken frei halten dass er seine stärken ausspielen kann er hat immer noch einige defizite was das stellungsspiel angeht was den zweikampf angeht aber was er mit dem ball für eine technik hat ist einfach überrangt aber nun gut das transferfenster ist vorbei ich möchte auch nicht mehr so viel über transfers sprechen aber ich freue mich trotzdem dass er einfach hier ist denn er ist ein spieler er kann durchaus noch mal eine richtige identifikationsfigur sein ja an dieser stelle war es mit diesem video ich hoffe dieses video euch gefallen ja das gleich da vergesst auch nicht diesen kanal zu abonnieren damit ihr auch in zukunft nix mehr rund um die härte und die bundesliga verpasst wir sehen uns auf jeden fall morgen zu einem weiteren video wieder und auch zu einem möglicherweise weiteren live stream das sind am samstag und am sonntag bis dahin schönen tag ich noch und tschüss